Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Liegenschaft befindet sich an der Chonegg-Strasse, oberhalb der schönsten Bucht Europas. Die Zentrumsnähe sowie die kurzen Distanzen zu der spitzeren Erholungszone unterstreichen die hohe Wohnqualität und machen die hindernisfreie Etagenwohnung noch attraktiver. Eine sehr schaftes Schloss gesäumt vorab, eine moderne und vielseitige Freizeitanlage, zahlreiche gemütliche Restaurants aus maragdfarbiges Wasser umrahmt vor einer imposanten Alpenlandschaft. Ein Lift führt nach BQM der Einstellhalle direkt zum Eingang der Zweihalbzimmerwohnung. Der grosse Grundriss ist klar gliedert. Ein einladendes Entree mit Garderobe heisst nach Willkommen. Das Herzstück ist unbestritten der Wohn- und Essbereich mit offener, modeller Küche. Stolze 39 m² stehen hier zur Verfügung. Die Raumhöhe Verglasung erweitert das Wohnen über einen grossdimensionierten Balkon zum Aussenbereich. Der geblättet Balkon misst geäbige 14 m². Die Aussicht auf die Schweizerbucht ist atemberaubend schön. Das geräumige Bad ist mit einer schwellenlosen Dusche komfortabel Uschi eingerichtet. Das leichter flutete Schlafzimmer ist 16 m² gross und bietet direkten Zugang zum Balkon. Vielen Dank für euer Interesse. Für eine Besichtigung vor Ort, kontaktiert mich unter der Nummer 079 610 19 87 oder schreibt mir ein Mail unter beyondi at viagasa.ch Ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme.